Also ich bin Martin Neumann, komme direkt aus Südrichau in Sachsen-Anhalt, ja und trete für Sachsen-Anhalt an. Der Beruf ist für mich ein Traumjob, also ein Traumberuf, allein wenn man mit fernslichen Werkstoffen, mit der Natur direkt arbeiten kann und immer Menschenkontakt hat. Blumen verdient haben eigentlich alle, vor allem in meinem Umkreis, gerade Familie, Freundeskreis und alle, die mich so ein bisschen unterstützt haben, das heißt eh mal ihr Arbeitsgeber. Und da sollte eigentlich jeder auch mal Blumen kriegen. Eigentlich zu jedem Lebensabschnitt dürfen Blumen nicht fehlen. Für mich gehört da überall hin, ob es jetzt zu Geburtstagen ist oder Geburt oder dann halt zu traurigen Festlichkeiten sage ich jetzt mal. Blumen gehören ins Leben der Menschen eigentlich dazu. Die Deutsche Meisterschaft, da verspreche ich mich schon ein bisschen viel. Vor allem Erfahrung, die man in dem Beruf sehr gut gebrauchen kann. Und vor allem Freude und Spaß dabei. Die Deutsche Meisterschaft, da verspreche ich mich schon ein bisschen viel. Die Deutsche Meisterschaft, da verspreche ich mich schon ein bisschen viel.